road for alphabooks bei uns im team wir wetten das ist nicht das echte profilbild haa gib mir alle eure munition das war total lustig wenn jungs der munition fragen ja so ist das das bild ist nicht original ich weiß nicht ob man in dem alter schon fehlkopf krebs im endstadium haben kann ganz einfache medizinische frage ich weiß nicht ob die jetzt gerade auf rüstisch oder so gefragt schießt ihr mit aber bild auf die wand gefeuert aus welchen gründen auch immer hier ist die wand nicht verstärkt hier ist aber gefeuert da ist die tür auf einer ist da an der ecke ich habe keine granaten oder irgendwas das kotzt mich ein bisschen an ich gucke jetzt gerade auch keiner bei dir blitz geht rein mich hat leider vakery für ihn weg geholt da piekt immer mal ein stück arm hinter dem ding vor oder ein stück kopf aber ist gerade macht blitzer druck ich weiß nicht wo der andere ist da ist eine ecke tachanka ja toll tachanka ich dachte probieren kann man es ja mal die ganze schilder hat ja noch drei schilder braun stehen oder alter alter es war total doof ich bin irgendeiner hatte ich weiß gar nicht wer von denen das war von unseren leuten der welt weg weg geholt direkt auf wakon kaum war die weg kann die kann die weg und hat einfach geschossen blind rein und dann hat es mich erwischt ja ich glaube ich habe nicht mal mehr den ich habe sie nicht mal mehr kommen sehen bei mir aber was soll es wir haben es trotzdem geschafft wenn ich beim reinspringen noch den tachanka erwischt hätte aber vielleicht hätte ich da auch die Pistole nehmen sollen wer war das gerade der potato ich habe gerade mal gestartet aber einen freund scheint er zu haben wer ist denn das dann denken die nicht zu heilen wie der eine damals hätte ich so flämt oder mich auf so flämt um Hilfe angeblickt hatte du da verliegen lässt ich schieß den so muss es sein Puls rennt jetzt wo rum irgendwo da hinten ok dann lässt er uns wissen wo würde schon mal irgendwo welche gesehen nä ne nä Irgendwo hinten am Außenwandraum muss es sein Das kommt Pulse zu mir Das kommt Pulse zu mir Irgendwo muss einer an der Treppe hier sein auf meiner Seite Weil Frostrad hingeschossen hat Kurz hören Bei B an das Fenster Ja, kann gut sein Ein Blitz ist in B Das sind vier Leute, da träume ich mich auszuspringen aus dem Fenster Das ist ein Blitz Das ist ein Blitz Das war eben Ich glaube ich habe Blitz im geblendet irgendwie gedowned Und als die Blendung vorbei war, habe ich ihn gefinisht Hibana kommt hinten an der anderen Treppe Ich habe aber einen weggeholt Pulse ist auf deiner alten Position Das ist ein Blitz Das ist ein Blitz Das ist ein Blitz Mit dem Schafft er nicht mehr, schafft er nicht mehr, kommst du hin. Ja, einfach nur überleben. Ich habe Blitz erwischt, aber ich weiß nicht wie. Wir waren beide auf dem Flur, ich war geblendet und habe ich nur wild um mich gemessert und geschossen. Und bin weitergelaufen, habe irgendwie überlebt. Und als ich wieder sehen konnte, habe ich gehört, wie er sich wegzieht im Liegen, weißt du, im Downstate ist. Und dann bin ich nur dem Keuchen nach und habe ihn erwischt. Vielleicht wurde auch von jemand anderem von hinten erschossen oder, keine Ahnung, auf dem Flur oder ich, keine Ahnung, aber das war irgendwie. Ich habe Montanje gerade von hinten gekillt. Und bin dann leider dabei drauf gegangen. Aber ich habe ihn gekillt. Ja, als ich geblendet war und dann mit Blitz da auf dem Flur allein war, da habe ich gedacht, das war's. Ja, was hast du denn noch, wenn wir ehrlich, du hast jetzt wahrscheinlich die einzige Chance im Lotto zu gewinnen verspielt. Wahrscheinlich. Ja, weil du stattdessen lieber Blitz besiegt hast. Ja. Das glaube ich allerdings auch. Ich habe das Glück ein bisschen falsch investiert. Klima Raum, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Das geht schon wieder gut los. Okay, schon bin. Da hinten ist der Junker hier, oder? Ich kann den da stellen. Drone ist aktiviert. Ich kann die Luke nach oben offen. Also wenn, dann sollten wir ins Bad rein. Das ist schwierig, da sind zwei drin. Ich habe einer von denen ist der Junker. Der andere ist Puls. Zwei im Bad erwischt. Noch einer? Du hast hier in der Tür so ne? Ja. Was du nicht sagst Sherlock, ey. Ja, wirklich irgendwo ne Luke. Ich glaube nicht damit bindet, dass der doch noch da oben ist. Ich glaube die Fenster ist auch auf, ne? Rechte. Mhm. Ich glaube die Pistole nehmen sollen auf die Distanz. Was? Ja, das reicht locker. Ich weiß nicht. Dummerweise wusste ich nicht ob hinten um die Ecke rum diese Tür da auf ist. Sonst hätte ich mich da vielleicht ein bisschen besser postieren können. Weil ich hätte da auch in dem Raum irgendwie bleiben sollen vielleicht. Da mit der Pistole. Denk dran, gleich sofort Abstand nehmen. Nicht, dass der Typ wieder seinen C4 den Kopf kriegt. Okay, du bist immer noch da. Aber jetzt müssten zumindest meine Spitznatzdinger durch sein. Ach ja, richtig. Ist jetzt Glass und... Zweimal Glass gespielt. In drei Runden. In beiden Angriffen. Secure die Region. Keep the Bombs protected. Please nobody where I went, man. Thank you. Ach so, ja, das sind natürlich jetzt die anderen Schuld gewesen, ne? Dass die auch gerade herlaufen, wenn der Ding springt. Ich meine, das hätte er noch jeder Zeit später strengen können, wenn alle irgendwie unterwegs sind oder auf ihren Posten und so, ne? Wenn ich in den ersten drei Sekunden gleich machen, ne? Ja, das ist die einzige Chance, wer die man hat. Ich habe sofort einen Visier gehabt, jetzt gerade. Ich habe einen nur Fall hier von dem Affiliate. Hm. Hm. Down to ten seconds. Five seconds to count. Blobbing mags! Bomb located by Op4. We need more than the wall! We need more than the wall! Richtung Außenwandraum kommen da welche Du bist im Außenwandraum Ist eigentlich gerade ruhig Deploying sensor Ich tu'n Küche Ich tu'n Küche Ich tu'n Küche Ich tu'n Küche Die ganze Zeit gedacht dass sie da hinten irgendwo kommen hab da irgendwie gewartet aber Alles ruhig geblieben Jetzt nur den letzten erwischt Oh sehr schön Trotzdem MVP geworden ja ich glaub die paar Glastinger haben ein bisschen was gerissen Acht echt können mich gar nicht erinnern dass es so viele waren Sie sind alle freiwillig vor die Knarre gegangen Ja bei sowas ist Glast schon echt gut wenn die dann so im Raum sind und rein smoken kann Dann können sie sich halt echt nicht bewegen und wenn dann von der anderen Seite andere Leute Druck machen und sie sich bewegen müssen hinter irgendeiner Deckung so leicht vorkommen oder so Kann man sie gut abpflücken Also die neuen Operator scheinen übrigens tatsächlich ähm Also einer kann wahrscheinlich wirklich zwei Hologramme von sich machen Zweimal eins quasi oder? Zwei auf einmal oder weiß man nicht Wahrscheinlich ist das ein Skill dass er ein Hologramm machen kann und den kann er zweimal machen oder so